Moin, Freitagmorgen, irgendwie stand hier Karte gesperrt, da musste ich die 8 mal raus reinnehmen. Scheiß drauf. So, ich warte jetzt hier auf einen Anruf von der Bistumszeitung irgendwas. Ich bereite mich manchmal echt nicht vor, das muss ich sagen. Also das sind auch dann noch so Vorgespräch, Vorgespräch, aber das mache ich ja immer nicht. Jetzt steht hier 8.55 Uhr, ich warte jetzt auf den Anruf. Und das sind halt auch so Dinge, die mit dazugehören, Leute. Ich hoffe, ihr kommt auch gut ins Wochenende. Wenn ihr das hier guckt, seid ihr schon eurem Samstag? Und was haben wir Freitag jetzt so ein bisschen vor? Ich bin immer noch ein bisschen kränklich, jetzt nervt es aber. Ich nehme euch mal wieder so in die Hand. Wackel, wackel, Profi am Werk. So, also, ich sitze jetzt hier auf der Couch, bin dann aus dem Keller hoch, weil ich im Keller immer keinen Empfang habe. Deswegen gehe ich dann hoch und dann mache ich hier so die Telefonate, die 2, 3 Stück, die ich im Monat habe. Ich wehre ja wirklich jedes Telefonat ab. Also Frau Merkel oder Herr Olaf Scholz, wenn die mich anrufen wollen würden, das würde sehr schwer werden, würde ich erst mal sagen. Erst mal ihr Anliegen bitte per E-Mail. Das ist halt ein schwerer Schaden aus der Kriminalität, ne? Und Wetter ist sehr, sehr bescheiden. Ich werde mit Rudolfo und Heidi nachher eine Runde drehen. Was liegt Freitag heute noch so an? Marisa ist bei der Pferde. Ich werde dann live gehen mit Axel nachher. Dann ist das aber schon online auf dem Hauptkanal, Leute. Also den nicht vernachlässigen. Dann werden wir jetzt erst heute den Müll wegfahren von Marisas Geburtstagsfeier. Mein Freund Henning kommt nachher vorbei mit seinem kleinen Transporter. Und dann werden wir alles durch die Gegend fahren. Dann werden die Bierfests hoffentlich loswerden. Den Müll und Reste und leere Flaschen. Ja, und dann hoffe ich, mache ich mit meiner Marisa einen schönen, entspannten Freitagabend. Einen Pärchenabend. Oh Gott, will ich das sehen. Da kriege ich ja selber Angst, will ich das sehen. Und ich habe es Marisa noch nicht gesagt. Eigentlich würde ich mich morgen freuen, wenn mein Freund Matze aus Hamburg kommt und mit mir HSV guckt. Und Marisa hat gedacht, wir machen morgen einen Tag zusammen. Ich muss das Marisa irgendwie so verkaufen, dass sie die Idee hat, dass jemand mit mir zusammen Fußball gucken sollte. Und dann würde ich sagen, ja, das würde ja passen. Ich würde mal fragen, vielleicht hat er ja zufällig Zeit. Das muss ich geschickt einschädeln. Ich muss halt darauf achten, dass Marisa diesen Privatblog nicht guckt. Eigentlich hätte ich Bock, mal wieder mit jemandem zusammen Fußball zu gucken. Ich hoffe, da ist sie mich nicht beleidigt. Und wenn sie beleidigt ist, dann ist es jetzt auch zu spät. Marisa. Also Leute, ich warte jetzt hier auf meinen Anruf. Und ansonsten macht mich dieses Herbstwetter wieder depressiv, ey. Ich bin so ein Sommerkind. Ich würde so gerne in der Sonne wohnen. Aber da müssten auch alle Familie und Freunde und alle müssten mit. Das ist das Problem. Da müsste ich schon den Euro-Jackpot gewinnen, wenn der ganz groß ist. Verdammte Axt, ey. Was soll's, Leute. Haltet durch, macht euch ein schönes Wochenende. Dieses Zubehör wird nicht unterstützt von der Kamera. Doch, wird es doch. So. Hier gerade in mein Büro runter. Hier ist ein bisschen Platz frei geworden. Der Tisch ist nämlich jetzt hier rübergebracht worden von Marisa. Und das ist dann unser Lager für die T-Shirts und so. Hier muss ich nur Licht anmachen. Hier, der Tisch ist jetzt weg. Mein alter Kneipentisch. Und wie toll sich das hier aufgeräumt hat. Tja. Perfect. Und jetzt ist da natürlich... Wieso ist denn da hinten das Fenster auf? Hier ist unser Gästezimmer. Wieso ist denn hier Fenster auf? Und ich heiz mich hier blöd. Gas ist ja auch so preiswert geworden. Heizung wenigstens ausgedreht. Gut, nichts zu meckern. So. Gästezimmer. Keller. Läuft. Jordan auf dem Pferd. Glaube ich. Oder ist das ein Pony? Ich weiß es nicht. Schied egal. So. Jetzt ist hier natürlich in meinem Partykeller ein bisschen Platz frei geworden. Hier könnte man jetzt die Handelbank reinstellen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, Leute? I don't know. So. Es ist jetzt gleich halb elf. Das heißt, ich warte auf meinen Freund Axel Rides. Und dann gehen wir gleich live. Ich war ja gerade mit den Hunden draußen. So. Jetzt muss ich hier das Grünsteen hochziehen. So funktioniert das. So ziehe ich das hoch. Und dann sitze ich so davor. Guck in die Kamera. Und jetzt warte ich auf Axel Man. Merkt man mir meine Begeisterung an? Yes? Sehr gut. Und dann guckt euch das Video danach an mit meiner Begeisterung. Wie versprochen ist Henning wirklich da. Wie geht's dir Henning? Müllmann on Tour. Wie geht's mir? Ich bin froh, dass Wochenende ist. Ein ruhiges Wochenende. Mal ganz was anderes. Ja, ne? Ja. Es geht einfach nicht. Wir sind auch so zerstört. Schön mit heißem Milch und Honig. Ich habe mir die Woche auch so durchgequillt. Leute, ihr habt es ja mitbekommen. Aber ich glaube, viele sind mit zerstört. Und ein paar haben sich auch ein leichter ein aufgesackt. Aber bei dir ist es gut, ne? Bei mir ist es wieder gut. Nach der Schluckimpfung kein Wunder. Oh, hätte ich mal mitmachen sollen. Also dieses Jahresgrippe, pö, Corona, pö, pö. Hat sie erledigt. Ja, ja. Na ja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt Müll weg von der Party. Na ja, zur ZVO. Wir müssen noch ein bisschen so durch die Gegend schummeln, sag ich es mal. Kleines Auto hat leider nicht gereicht. Ich weiß gar nicht mal, ob die Hausmüll annehmen, aber ich glaube, Hausmüll haben die gar nichts. So ein bisschen Hausmüll, aber müssen wir so ein bisschen schummeln. Ich finde das schade, dass es nirgendwo gibt, wo du auch Hausmüll loswerden kannst, ne? Also ich glaube nicht, dass sie Hausmüll haben. Weil wenn du mal zu viel hast, wo sollst du hin damit? Selbst du willst es ja nicht wild entsorgen. Aber dann weißt du gar nicht, wohin damit. Bei dem Nachbarn in der Tonne. Ja, mein Nachbar ist da zu wachsam. Ich könnte ja noch zum Rados machen, könnte ich noch fahren, da was loswerden in der Tiefgarage. Da sind ja große Mietertonnen, aber da habe ich mir noch einen Schlüssel für. Die denken sich dann auch, warte, ist Philipp zurückgezogen? Oh ja, schön, wieder auf dem Balkon. Na ja, also morgen werde ich ganz gemütlich auf der Couch HSV gucken. Werden wir den Tag wahrscheinlich wieder versauen, wenn ich da zugucke. Und dann werde ich das Wochenende dafür nutzen. Sogar ein bisschen vorzuarbeiten. Wenn ich das wirklich einfach mal tun, ich nehme es mir so groß vor. Aber das Wetter turnt auch nicht gerade an, um rauszugehen, ne? Nee. Nee. Kach. Heute kalt ist es ja heute gar nicht. 15 Grad. 15 Grad sind das? Mhm. Oh, das fühlt sich anders an. Also hier ist... Die anderen beiden Tage waren richtig scheiße. Na ja, ich war ja auch schon, ich war die Tage auch schon eingepackt, wie Polarreise, wo ich mit Rudolf und Heidi unterwegs war. So, jetzt so, ich will die Termine dann durch, mal halb zwei, Jordan kommt nach Hause. Das goldene Kind haben wir ja dieses Wochenende auch noch. Ach, herrg. Ja, also es ist nicht bei seinem Papa. Dann mal gucken, aber den werde ich ins Kinderzimmer verfrachten. Der hat ja auch ein paar gute Noten geschrieben und war fleißig die Woche. Dann kann er mal ein paar Stunden zocken. Dann haben wir unsere Ruhe. Wir werden mit Marisa einen schönen romantischen machen, also jeder für sich auf der Couch. Und unsere Eltern hätten das damals so einfach haben können, wenn es diese ganzen Maschinen gäbe, hätte gegeben damals. Hier, setz dich hin, beschäftige dich vier Stunden, nie hätte ich gemeckert mit irgendwas. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist heute einfach so, aber naja. Ich bin froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Und ich versuche jetzt Müll loszuwerden. Ich denke mal, sieben Euro kostet die Entsorgung oder so meistens. Manchmal sagen sie, komm, fahr durch, weil Henning und ich waren da schon des Öfteren. Letztes Jahr bei der Sanierung nach Partys und sonst was. Und das ist immer gut, weil Müll, Wildentsorgung, das finde ich immer richtig scheiße. Ich habe ja hier die... Auf jeden Fall, da ist der Imbiss, zu dem Henning immer geht. Das erklärt, das auf jeden Fall. Den muss ich noch ein bisschen erzählen, dass er sonntags wieder aufmacht. Macht er sonntags gar nicht mehr auf? Nein, sonntags oder ruhetag. Ich dachte, sonntags macht er bis 15 Uhr. Nein. Nicht mehr? Hat er ja da jetzt mal zwischendurch gemacht. Nein, seitdem ich hier wohne. Doch. Das hätte ich mitgekriegt. Guck nochmal. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Na gut, ich habe recht, Leute, bis später. Dieses Zubehör wird nicht unterstützt, aber es läuft trotzdem. So. Was ist das leckeres, Marissa? Eine Suppe. Das ist eine Suppe? Das ist Poree. Poree. Nee. Mit Poree macht man was? Lau. Suppe. Suppe. Also, bei uns gibt es Suppe. Ich esse eigentlich so gut wie nie Suppen. Nein. Also, wenn jemand sagt, Philippe, es gibt Suppe, dann sage ich, ja, dann gibt es aber kein Philipp. Tschüss. Was gibt es dann? Was gibt es denn? Wir haben uns aber kennengelernt bei der Suppe. Wir haben uns kennengelernt bei der Suppe. Mein erstes Mal, was ich degredenzt habe, war eigentlich... Ich dachte, sie war super, lecker, genau meinen Geschmack getroffen. Und das war sie. Sie war lecker. Sie war sehr lecker. Ich wollte gerade sagen. Aber es... Nein, sie war wirklich sehr, sehr lecker, aber es war halt eine Suppe. Und Rudolf und ich sind aber keine Suppentypen. Ne? Rudolf, wir sind... Fleischstresser. Na ja, Rudolf wird auch Suppe nehmen. Rudolf ist da nicht so anspruchsvoll. Also, heute zu dem Wetter irgendwie hier. Es ist nass, kalt, ungemütlich. Ähm... Schmuddelwetter. Ja, Schmuddelwetter. Wie lange dauert so eine Suppe? Das Rind ist so ein bisschen... Zäh. Zäh. Wie lange dauert so eine Suppe? Jetzt, wenn es fünf ist? Und essen wir ein Viertel nach fünf? Oh, sechs. Na ja. So, hier sieht es... Wir sind ein bisschen unterwegs hier. Kamin haben wir auch schon angemacht. Laptop läuft ein neuer Teil, weil YouTube wird hochgeladen. Kamin an. Da hinten läuft Corona-Werbung. Ich guck mal, was das goldene Kind macht. Aber da klopf ich an. Auch, finde ich, gehört das, mich bei Kindern aufzuklopfen. Weil hier steht, komm rein. Das hat er vergessen, umzuhändern. Mal gucken. Ja. Ja. Licht ist blöder. Ja. Richtig blöder. Ja. Telefonierst du dabei mit jemandem? Ja. Wer ist denn Schatz? Nee. Oh, wow. 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 Ist doch gut. Ist doch schön. Was redet ihr denn jetzt dabei? Oder spielt ihr beide zusammen? Nee, ich spiele alleine. Aber ihr unterhaltet euch nicht? Doch. Na gut. Verstehe ich nicht. Ja, so eine junge Liebe sollte man dann nicht stören. So einfach ist das. Also, da wird jetzt bestimmt ein paar Stunden gezockt. Aber es muss ein bisschen überschaubar sein. Heute, ich sag mal, keine fünf Stunden. Kann nachher noch ein bisschen Fernsehen gucken. Aber dieses fünf, sechs Stunden zocken, das ist mir immer alles too long, Leute. Also, oh, das ist hier endlich mal was in die Suppe, was auch mir gefällt. Sehr gut. Gut. Marisa und ich haben heute noch einen heißen Abend vor, ne? Endlich mal wieder haben wir Zeit. Endlich essen wir Wiener Würstchen. Dann können wir beide schon aufschauen, machen wir uns einen romantischen Abend. Ne? Super, ja. Okay, also Leute, vielleicht nenne ich mich später nochmal, aber for now, reicht's. Tja, Leute, der romantische Abend ist erledigt. Aber warte, die Haar hast du gerade gerichtet, die waren so vorher. Der romantische Abend ist erledigt. Guck mal, Marisa ist jetzt wieder gut drauf, romantischer Abend erledigt. Es ist jetzt, warte, ich gucke auf meine Uhr. 19 Uhr. So, es steht, guck mal, da freut sie sich. Wir hatten sogar eine Kerze dabei, ne? Eine Kerze hatten wir. Ja, ach, das ist schön. Die hat Jordan uns geschenkt. Die hat Jordan uns geschenkt, ja. Jordan haben wir eingeschlossen im Kinderzimmer. Aber weißt du, ich glaube einfach, das ist auch wieder das Menschliche. Wir arbeiten so viel und wir haben keine Zeit für unsere... Für uns. Ja, ist so. Ja, wir haben selten Zeit für uns, weil dann gehe ich abends live, du hast das, Pferde, Kind und sonst was. Aber die anderen Menschen, die jetzt uns zugucken, die haben genau dasselbe. Ja, ich glaube schon. Ich will nur sagen, das ist völlig normal. Ja, ich weiß. Ich nehme deine Entschuldigung an, wenn du mir das damit sagen möchtest. So, angenommen. Nein, also Leute, das war ein ganz normaler Freitagabend. Es ist jetzt 19 Uhr. 19 Uhr. Da sind wir durch und erledigt. Wir stoßen jetzt mit einem Sekt an. So, mein Schatz. Cheers, mein Schatz. Cheers. Auf Stürmanns auch nochmal. Auf Stürmanns, ja. Genau. So, Leute, das war der Freitag. Also, wer Tipps braucht für einen romantischen Abend, E-Mail an uns oder per Instagram an Marisa oder mich. Wir sind nicht dafür zu haben, aber wir erklären das. Was kostet ein Tagesworkshop? 8000. Ach, ja. Tschüss, Leute. Plus Mehrwert. Plus Mehrwert.